So, und da sind wir wieder mit einem Quantrum-Trost, äh, Quantens of Solens, glaube ich, auf Englisch. So, die Nase sagt mir, die Regie sagt, ich kann hier auf Select Map gehen und mir dann eine Karte aussuchen. Und, okay, das hier scheint dann wirklich Facility zu sein. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch haben an alten Karten. Die Nase sagt gerade, es gibt keine anderen alten Karten. Obwohl, sie meint, das Science Center könnte noch was Altes sein. Dann soll ich auf Select Game Mode und dort Classic auswählen. Ah, okay, dann ist Classic wahrscheinlich das, dass die Waffen auf dem Boden liegen. Und das Ganze sieht vom Ladebildschirm extrem aus, wie aus der Call of Duty Engine rausgerippt. Und die Nase sagt auch gerade, das Ganze ist von 2008 und ist aufgebaut auf der Call of Duty Engine. Das gab es für PC, ja, wie man hier offensichtlich sieht. Und auch für Konsolen damals. So, was kann ich aufheben? Gar nichts, ich kann hier drüber springen. Hier haben wir nochmal das M60. Okay, wir haben auch einfach keine Kimme, kein Visier, wir zielen einfach über Korn. Und haben einen Extrem Spread. Und die Patronen bewegen sich gar nicht. Dafür, muss man dazu sagen, zumindest sind die Zündhütchen der Patronen, die man hier sehen kann, nicht abgeschlagen. Ja, das ist korrekt. Ja, soweit eigentlich in Ordnung. Jetzt haben wir hier so ein paar Space Stations. Hier haben wir eine Banane. Und dann haben wir hier eine Rauchgranate wahrscheinlich. Einfach G drücken, oder? Dieser Sound. Ja, für die Zeit, würde ich sagen, ist okay. War damals nicht sonderlich sinnvoll. Auch nicht in Call of Duty. Übrigens. Ah, eine AKS 4 ist bitte ich U. Aber die gucken wir uns gleich an. Und zwar gab es ja auch in Call of Duty 4, beziehungsweise in Modern Warfare 1, gab es ja auch einen Modus, wo man sich Waffen wirklich aufsammeln konnte. Der wurde nachgepatcht. Da konnte man sich auch ganz viele Perks aufsammeln. Man konnte richtig OP werden, wenn man die ganzen Perks dann hat. Da hatte man Slide of Hand und Juggernaut, Large Stand und das, dass man nach seinem Tod eine Granate fallen lässt. Wenn man das alles hatte, war man richtig OP. Und wenn das hier von 2008 ist, dann ist es ja erschienen zwischen Modern Warfare 4 und World at War. Das heißt, das erklärt hier einiges. So, das sieht auch relativ interessant aus. Das sieht aus, wie der Sturmgriff wo unten noch so ein Zweibein rauskommt. Und das sieht aus, als hätte man das Ganze an dem Holzschaft befestigt mit so einem Kabelbinder, beziehungsweise mit so einer Klempner-Klemme. Ja, das sieht auch relativ cool aus. Ja, das Nietenmuster ist korrekt. Es ist jetzt nicht das schönste Modell. Es ist aber richtig einfach dagegen zu halten. Ja, es wird scheinbar jedes Mal überflüssig repetiert bei allen Waffen. Das ist ja was, das hatte ja Call of Duty 4 nicht mehr. Ja, meine ich zumindest spontan. Soll ich gern sprinten? Kann ich mich irgendwie hinlegen? Ah, Single Shot. Full Auto. Okay, X ist dann Feuermodus-Umständ, warum man auch immer das tun sollte. Denn die Dauerfahrstabilität ist ja für die ersten Schüsse sehr gut. Obwohl nach den ersten paar Schüssen, wenn man aufhört, fliegt die Waffe so weg. Das ist recht realistisch. Und zwar, wenn man anfängt zu schießen in Dauerfeuer, dann hält man ja dagegen. Und wenn man aufhört, hält man immer noch dagegen und reißt die Waffe selber so aus dem Ziel. Das ist recht realistisch dargestellt. Also relativ merkwürdig, dass das hier richtig ist, obwohl ja so viele Sachen so ein bisschen komisch sind. So, ich wollte nochmal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Knöpfe drücke. Genau, das war die Glock 8. Mit der hatte ich auch gar nicht geschossen. Okay, die ist sehr schnell und die hat so einen eigenen Kompensator. Das heißt, es ist eine Glock 18C, obwohl normalerweise sind die Kompensatorbohrungen zwischen Korn und Auswurfsfenster. Und nicht vorne, rechts und links vom Korn. Hier sind auch ganz viele Assets. Das sieht so ein bisschen aus. Und es gab mal so eine Countstrike Map von so einem bekannten Modder. Der hat dann so eine Countstrike noch CS Source Map gebaut und hat dann da ganz viele Modelle reingepackt, die er unabhängig davon gebaut hat, um diese Modelle dann auch zu präsentieren. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Es wirkt so ein bisschen so, als wären die hier relativ stolz auf ihre ganzen Assets hier gewesen und wollten die präsentieren. So, wir wollen aber ein bisschen weiter Waffen suchen. Ah, das hier die Kaliko mit einem... Was ist das denn für ein Rotpunktvisier? Kann man hier jetzt direkt einbauen. Mal gucken, ist es auch hier schön hinstellen. So. Häufig gemachte Fehler bei Videospielen Teil so und so. Häufig sieht man den Fehler in Videospielen, dass wir Rotpunktvisiere haben. Wir das Rotpunkt allerdings trotzdem sehen können, obwohl wir schräg in das Visier reinsehen. Das wäre in der Realität nicht der Fall, denn somit könnte man ja gar nicht zielen. Und zwar der Schuss würde ja nicht da auftreffen, wo jetzt gerade der rote Punkt ist, sondern da, wo das weiße Zielvisier ist. Und genau, das ist ein typischer Fehler. Bei richtigen Rotpunktvisieren sieht man den roten Punkt nur dann, wenn man wirklich gerade durchguckt. Ansonsten könnte man damit ja eigentlich überhaupt nicht zielen in der Realität. So, ich hoffe, das war mit dem kleinen Versprecher immer noch brauchbar. Dann habt ihr jetzt gesehen, wie wir diese typischen Waffenvideos dann sonst machen, obwohl ich jetzt gerade leider die Nummer vergessen habe. So, das Ding sieht richtig komisch aus. Und zwar, wo ist denn die Projektionseinheit? Und zwar Rotpunktvisiere, also Reflexvisiere, die eine Unterkategorie der Rotpunktvisiere sind. Die sehen ja so aus, dass halt ein kleiner Lichtstrahl, meistens produziert von einer LED, ja auf einen halbdurchsichtigen Spiegel geworfen wird. Aber wo ist die Projektionseinheit, die das tut? Sieht richtig komisch aus. Und wie viel FPS sind das denn? Oh, hier steht unten Holocyte, das ist natürlich auch falsch. Das ist natürlich kein holographisches Visier, das ist natürlich ein Reflexvisier, beziehungsweise es ist einfach, ich glaube, in der Realität wäre das einfach eine Glasscheibe mit einem aufgemalten roten Punkt. Das würde auch erklären, warum wir das sehen können, auch wenn wir schräg durchgucken. So, wo ist denn hier sonst noch was? Und ich meine auch, die Feuergeschwindigkeit der Calico ist deutlich geringer und ich meine, wir haben auch einen Schalldämpfer. So, hier ist noch eine Granate. Was ist denn das? Das ist nochmal eine andere Schrotflinte. Wir haben ja die gesehen mit dem Wechselmagazin. Das sieht auch richtig merkwürdig aus. Sieht so aus, als hätte man sich eine Remington... Ne, einem... Das sieht eher nach Mossberg aus. Jetzt habe ich leider nichts mit Zoom. Ne, doch Remington. Ein Remington ist immer so, dass der Abzugsbügel vorne noch so ein bisschen so schräg ausfällt. Sieht so aus, als hätte man sich eine Remington 78 genommen und dann eine Rails-Schiene drüber gepackt und hätte dann noch Patronen an der Seite. Okay, dann ist das die Vorderschaft Repetierflinte. So, dann geben wir wieder wahrscheinlich die Zeit alle. Also auch die Umgebung ist halt nicht sonderlich schön hier. Okay, was haben wir hier noch zum... Uiuiui, ein M4-Karabiner. Sieht auch ordentlich verunfallt aus. Obwohl, lass mal gucken. Ja, die Länge ist okay für ein M4-Karabiner. Ist in Ordnung. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier einen Tragegriff, also einen Tragebügel. So ein bisschen nach Art der kanadischen Version. Die kanadischen Version, da ist nämlich die Rails-Schiene frei. Okay, es sieht so aus, als hätten wir hier Rails-Schienen. Nicht nur auf den Vier-Himmels-Richtungen, sondern auch dazwischen. Und dazwischen wäre ein Rail-Cover. Wir haben ein Flip-Up-Visier ganz vorne. Wir haben einen Sturmgriff. Das scheint überall der gleiche zu sein. Überall der Sturmgriff war unten damals auch das Zweibein raus. Also die Waffen hier sehen richtig komisch aus. So, die hatten wir auch schon gesehen. Äh, nein. Die Mac-10 ist keine zuschießende Waffe, es ist eine aufschießende Waffe. Nee, umgekehrt. Das ist eine Waffe mit offener Verschlussstellung, mit zuschießendem Verschluss. Und keine Waffe mit geschlossener Verschlussstellung, mit aufschießendem Verschluss. So, die Zeit bringt mich hier vollkommen durcheinander. So, ich glaube, ich habe das Gefühl, viel mehr Waffen gibt es hier auch nicht. Ja, okay. Wenn die Zeit sowieso schon abgelaufen ist, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen dieses kleinen Chaos-Videos hier. Falls euch das Ganze gefallen hat und ihr gern Waffen-Videos über Videospiele seht, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Darunter könnt ihr ein Video von einem anderen Kanal gucken und dann zwei Videos von mir gucken. Und nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zu den nächsten Folgen.